Wo ist denn eigentlich Omegana? Will der nicht voice kommen? Hat der kein Bock? Ich weiß nicht, was mit dem ist. Die Hitscan hab ich noch nicht gehabt, ne. Ich krieg jetzt aber die Cycrops V6 und hab ganz viele andere halt mal bestellt. Auch die neuen von Attack Gaming Gear und Attack Shark und so. Föhnni hat nen Sub. Ich hatte erst keinen Sub mehr gewesen, der Typ. Das ist jetzt bitter, dass du dem ein Geschenk hast. Guck, der war weit vorne in der Liste. Was die Sub-Normer dann geht. Ich schreibe dir meinen Namen ins Leben. Hite hab ich gar nicht in meiner Friendslist, Mann. Warum hab ich die nicht in meiner Friendsliste? Ich hätte den gleich mal direkt, Mann, die Friendslist wieder voll machen. Aber die haben Discord, oder? Oder sind die ganz in der Vergangenheit stecken geblieben? Ja, ich hab keine Ahnung, André. Ich weiß es nicht. Ich bin selber grad überfordert, Mann. Du hast ihm das Discord aber gegeben, sagst du, ja? Nee, ich geb ihm grad nen Discord. Okay. Jetzt sagt der wahrscheinlich nein, aber da könnt ihr auch ihn geben, Cole. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, können die Twitch auch. Dann sind wir richtige Noobs, Mann. Train, oder was? Das ist Train, das hast du richtig erkannt. Und wir starten T. Hab keinen Discord. Haben die echt keinen Discord? Nein. Ach du Kacke. Nee, ich hab keinen Teamspeak. Nee, ich hab keinen Teamspeak. Willst du dich kurz laden, André? Komm schon. Ingame ist mit dir auf Stream. Auf gar keinen Fall. Wir reden auf Ingame. Ingame reden ist schön. Hallo. Moin. Dürfte wie Discord sein halt. Discord 2 ist doch besser als Teamspeak. Wie kann ich die lauter machen? Aber wie kann ich die lauter machen? Du klickst jetzt ab, E, und dann auf den Namen von denen. Weiß ja nicht, wo Omega halt ist. Wo sollte ich Teamspeak haben im Jahr 2024, Mann? Hallo. Hier ist das Dino-Meeting. Also hier, der Altersdurchschnitt ist sehr, sehr hoch. Weiß nicht, warum Omega mitspielt, aber Omega einfach nicht redet. Das glaub ich auch nicht. Oma, Discord Omega, was ist los bei dir? Okay. Du hast schon gerafft, dass ich Cookie bin und nicht noch Megano, oder? Entgeblich, Alter. Bist du ja so ein Vollidiot. Der Cookie spielt jetzt mit. Alter. Jetzt haben wir so einen Hut drin. Willst du mich verarschen? Egal. 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 Jetzt hat der mich aber genutzt, der Wexer. Ja. Alter. Noch einer. Junge. Das kostet aber 20 Subs, Mann. Haha. Geil. Lass sie dir auf. Er ist fort, 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 fort. Oh Mann, ich hab den linken Headshot gegeben, sag ich ja ganz ehrlich. Alter, Verwalter, Mann. Haben wir einfach Cookie bei uns in der Lobby. Ich krieg so viel, Mann. Ich bin raus. Gut, dass der Kai sieht, dass ich... Er hat sich einfach verarscht. Er hat... 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 Geiltsweg andere, wirklich. Ne, hab ich nicht. Ja, aber lad's dir doch schnell. Nein. Ich hab nicht mit mal Account-Daten und Co. Ich muss erstmal alles wieder Dings machen und so weiter. Auf jeden Fall. Popland weg. Noch zwei am Pop waren da. Jetzt müssen die Profi zuschauen. Ja. Noch einer Pop. Noch einer Low HP. Pop und Backplane. War gelogen. Schade. Ich glaub, wir haben K. Ich glaub, die sind gut.